Winzig, klein und hocheffektiv. Die UVC-LED-Module von Lithoglas. Wasser, Luft, Oberflächen, überall da, wo Viren, Bakterien und Pilzerreger die Gesundheit beeinträchtigen können, sind sie gefragt. Alleskönner der Desinfektion, waferbasiert und im Miniaturformat. Die LEDs ermöglichen Point-of-Use-Anwendungen. Wenn ich sie anschalte, haben sie sofort das richtige Licht in der richtigen Wellenlänge. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Wasserhahn mit einer LED ausrüste, kann ich den Wasserdurchfluss immer, wenn der Wasserhahn an ist, desinfizieren und ansonsten ist es nicht an. Ich spare Strom, ich habe eine lange Lebensdauer und ermögliche, dass überall auf der Welt man dezentral das Trinkwasser desinfizieren kann. Die neuen Lichtmodule mit knapp fünfjähriger Entwicklungsphase sollen beispielsweise Quecksilberdampflampen ablösen, die noch heute zur Wasseraufbereitung eingesetzt werden. Die effiziente Lösung setzt dabei auf miniaturisierte Spiegelelemente, die das erzeugte Licht nahezu vollständig nutzen und durch die Anordnung der Spiegel konzentriert und ohne Verluste entkeimen können. Produziert werden die Module mit waferbasierten Verfahren. Für Lito-Class war das historisch, aber auch technologisch naheliegend, um damit Packaging-Lösungen bis hin zu Bauteilen in kleinster Ausführung abzudecken. Unsere Lösung ist einzigartig am Markt und durch die Miniaturisierung kriegen wir automatisch auf einem Wafer mehr Teile drauf. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man normalerweise im Wafer-Bereich mit Wafer-Badges von 25 Wafern arbeitet, kann man sehen, dass man dann relativ schnell signifikante Volumina zu geringen Kosten herstellen kann. Miniaturisiert, hocheffizient, die überlegene Lösung am Markt. Unsere Innovation schützt Leben.